Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 15-Zimmer-Mehrfamilienhaus befindet sich im Saarpfalz-Kreis. Das in Jasen 780 erbaute Objekt verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 280 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 400 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 129.000 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017